Hallo, ihr Lieben. Am Samstag findet ja das Elemente-Seminar mit Mara und mir statt. Hier ein kurzer Ausblick. Mithilfe der Avatar-Welten verändern sich die Elemente und stellen sich neu in den Dienst der Erde. In unserem Bewusstsein findet ein Perspektivenwechsel statt. Der Informationsfluss in uns zwischen Himmel und Erde wird leicht und beständig. Wir erkennen, dass unser wahrer Reichtum nicht Geld, sondern Licht ist. Das Ungleichgewicht zwischen Elementen erlischt. Es entsteht ein enormer Wachstumsschub für uns und für die Erde. Freiheit entsteht, weil sich unsere Begrenzungen auflösen. Es entsteht ein neuer Zyklus von Schöpfung in uns und um uns herum.